Schwerbehinderte rauskicken, so geht's! WAF Betriebsrat heute. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Hallo und herzlich willkommen zu Betriebsrat heute. Mein Name ist Sandra Becker, ich bin Volljuristin und Fachreferentin im Hause der WAF und habe bei mir Special Guest Niklas Pastille, Rechtsanwalt aus Berlin und einer unserer absoluten Lieblingsreferenten im Hause der WAF und dazu auch noch ein echter Experte im Schwerbehindertenrecht. Niklas, ein herzliches Willkommen. Liebe Sandra, habe vielen Dank, da bekomme ich ganz rote Ohren. Ja, das darfst du auch. Ich liebe das Schwerbehindertenarbeitsrecht und ich bin immer gerne hier, weil du mir immer die krassesten Fragen stellst. Genau, weil ich habe mir gedacht, das ist doch perfekt im Schwerbehindertenrecht, hier mal einen Experten dazu haben, der auch noch selbst Arbeitgeber ist. Oh Gott! Niklas, in deiner Kanzlei beschäftigst du ja auch Leute. Beschäftigst du denn auch Schwerbehinderte? Das weiß ich gar nicht. Du weißt, eine Schwerbehinderteneigenschaft muss ja dem Arbeitgeber gegenüber gar nicht offengelegt werden. Meistens auch auf Nachfrage hin nicht. Das heißt, die ehrliche Antwort lautet, ich weiß es nicht. Okay, ja und Niklas, wie würdest du denn jetzt, also wir, als Betriebsrät ist es ja auch gut, wenn wir mal denken wie der Arbeitgeber. Und deshalb wollen wir uns heute mal aus Arbeitgebersicht fragen, wenn ich einen Schwerbehinderten loswerden möchte, wie mache ich das? Ja, schmeiß sie alle raus. Ganz einfach ist es nicht, aber ich würde mich halten an ein Urteil, über das Deutschland redet. Jedenfalls die Arbeitnehmeranwälte in Deutschland reden darüber. Das ist ein ziemlich aktuelles, ziemlich umstrittenes Urteil vom LAG Rheinland-Pfalz. Ja, Landesarbeitsgericht aus der schönen Pfalz. Ja, das hat im Urteil vom 7. März diesen Jahres im Aktenzeichen 5 SA 301-18 einen Fall zu beurteilen gehabt. Ein unfassbarer Fall eigentlich. Wo ein Chemiker einen Aufhebungsvertrag unterzeichnet hat. Da kommen wir natürlich auch wieder zum Thema, das uns Betriebsräter auch immer wieder interessiert. Was raten wir den Kollegen, wenn sie so einen Aufhebungsvertrag vorbekommen, sollen sie den unterschreiben oder nicht? Spannendes Thema. So was, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lernen Sie in unseren Kursen zum Arbeitsrecht. Zum Beispiel Arbeitsrecht Teil 3. Da geht es rund um Aufhebung von Arbeitsverhältnissen, durch Kündigung, durch Aufhebungsvertrag. Also sehr spannende Themen, denn das ist natürlich für Kollegen aus der Belegschaft essentiell. Da geht es um den Job. Also gerade für diesen Kollegen, da ging es um einen promovierten Chemiker und der war schwerbehindert. Und man muss mal sagen, dem ging es wirklich schlecht. Erst Krebs, dann Hirnblutung, dann ganz viele Fehlzeiten. Und dann legt der Arbeitgeber diesem Arbeitnehmer einen Aufhebungsvertrag vor und sagt, unterschreib. Komm, kriegst eine kleine Abfindung, kriegst auch eine Bedenkzeit, aber dann geh. Und der Arme unterschreibt. Dann klagt er vor dem Arbeitsgericht gegen diesen Aufhebungsvertrag. Er ficht ihn an, sagt der Jurist. Und er verliert. Er verliert in erster Instanz und jetzt auch in zweiter Instanz. Heul doch, sagt das Arbeitsgericht. Unterschrieben ist unterschrieben. Und so, liebe Sandra, würde ich einen Schwerbehinderten rauskicken. Ich würde keine Kündigung aussprechen. Das ist kompliziert. Da brauche ich vom Integrationsamt erstmal eine Zustimmung. Dagegen kann man klagen. Das kann ich leicht verlieren. Aber einen Aufhebungsvertrag, das wäre das Mittel der Wahl. Einfach einen Aufhebungsvertrag vorlegen, der unterschreibt und dann ist er tot. Ja, aber kann ich denn dann nicht, so hat es ja der Kläger auch probiert, dagegen vorgehen und sagen, hallo, es kann doch nicht sein, dass ich hier diskriminiert werde. Ich werde doch jetzt hier nur zu diesem Aufhebungsvertrag verführt, weil man mich raus haben will. Genau so war es auch. Wegen meiner Behinderung. Ja, der hat das wunderbar aufgeführt, der Kläger. Ja, und meinte, schaut mal, ich habe hier Fehlzeiten. Ihr wusstet von meiner Schwerbehinderung, von meiner schweren Erkrankung. Das hat euch alles nicht gepasst. Ihr habt mich unter Druck gesetzt. Das kommt doch einer Kündigung nahe. Aber Sandra, du weißt, einen solchen Aufhebungsvertrag. Ich kann ihn mit Erfolg praktisch nicht anfechten. Im Gesetz steht das anders, aber die Praxis ist knallhart. Er hat einen Aufhebungsvertrag, der steht, wenn er einmal unterschrieben ist, es sei denn, ich bin bedroht worden vom Arbeitgeber. Aber das muss eine happige Drohung gewesen sein, nicht nur eine Drohung mit einer Kündigung. Und die muss sich ja auch erst mal nachweisen im Prozess, ja, das ist ja dann das Nächste. Der Arbeitgeber wird es bestreiten, ja, mit Erfolg wahrscheinlich. Oder eine arg listige Täuschung muss vorgelegen haben, aber da reicht nicht irgendeine Lüge. Das muss eine richtige eingefädelte Täuschung sein. So was gibt es kaum in der Praxis. Ja, also da sind wir mal wieder bei der Brisanz des Themas, was auch für unsere Betriebsräte einfach sehr wichtig ist zu wissen. Der Betriebsrat hat ja jetzt keine Beteiligungsrechte bei Aufhebungsverträgen, weil ein Aufhebungsvertrag ist keine Kündigung. Damit sind wir jetzt nicht im Anhörungsverfahren nach dem 102 Betriebsverfahren. Genau so ist es. Und die SBV, die hat hier auch nichts zu melden, ja. Eigentlich ist die SBV zuständig für alle Angelegenheiten eines schwerbehinderten Menschen, also eines Einzelnen oder der Schwerbehinderten als Gruppe. Aber so ein Aufhebungsvertrag, ja, sagt die höchstrichterliche Rechtsprechung, das sei keine Angelegenheit eines Schwerbehinderten wegen der Schwerbehinderung. Das heißt, nicht nur der Betriebsrat, wie du richtig sagst, auch die SBV ist draußen, ja. Das heißt, der Mann ist total schutzlos. Ja, genau, das macht es für den Arbeitgeber natürlich noch verlockend, da wirklich Aufhebungsvertrag vorzulegen. Und ja, als Arbeitnehmer, man fühlt sich ja doch ein bisschen unter Druck gesetzt, ne. Faktisch ist es so, dass ich mich natürlich als Arbeitnehmer frei entscheiden kann. Das ist meine Willenserklärung, ob ich jetzt diesem Aufhebungsvertrag zustimme oder nicht. Deswegen niemals unterschreiben, ja. Absolut. Immer den Vertragsentwurf mit nach Hause nehmen, zum Anwalt tragen, mit dem Betriebsrat reden, mit der SBV. Niemals einfach unterschreiben. Ich glaube, das muss man den Leuten so offen sagen. Absolut, absolut, ja. Auf einer Betriebsversammlung oder durch Rundbrief oder einfach so. Bitte unterschreibt nichts, ja. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Allerdings so eine kleine Rettung, so einen rettenden Strohhalm, den sehe ich hier vielleicht doch noch. Oh, empfiehlt. Das LAG Rheinland-Pfalz, das hat reingeschrieben in das Urteil. Naja, der Aufhebungsvertrag, der sei auch deshalb wirksam am Ende, weil es ja immerhin eine Abfindung gegeben hätte. Und der Betroffene, der hätte eine Bedenkzeit sich ausbedungen und die hat er auch bekommen. Ich gehe deswegen so weit zu sagen, na hätte das jetzt auch noch gefehlt, Abfindung und Bedenkzeit. Dann vielleicht, vielleicht hätte die Klage doch gewonnen werden können. Aber bitte, das ist Spekulation. Ja, ja, absolut. Okay, ja, wunderbar. Dann danke ich dir sehr, Niklas. Sehr gerne. Für deine Expertenaussagen und sage, ja, alles, alles Gute Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Betriebsratsarbeit. Wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg und hoffe, Sie sind jetzt gewappnet, Ihre Kollegen entsprechend zu beraten. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal, Ihre Sandra Becker und Niklas Pastie und nie unterschreiben.